Ab dem 17. November 2015 ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die Etagenwohnung liegt in Hamburg-Barmbeck-Nord. Das Objekt verfügt über einen Balkon und eine Einbauküche. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 51 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 620 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.